hallo und herzlich willkommen zur 68 folge unseres let's play green project wir haben festgestellt dass irgendwelche lila sachen sich da ausbreiten ich sage jetzt mal sagen weil ich nicht weiß was es wirklich ist deswegen stelle ich jetzt platten her und das ganze irgendwo dann mal so ein bisschen einzufangen 48 machen wir noch einmal dann haben wir 60 auch man junge das kann doch jetzt echt nicht dein ernst sein 14 so und noch trinken genau und dann gehen wir schlafen so das kannst du herstellen schon mal gut thymian packen weiter einfach mal mit rein das kann weg das können wir essen und dann können wir erst mal was trinken oder so weit erstmal fit wie sieht das mit dem wohnhaus noch einen tag erst mal hier den einen noch was ich gesagt hätte so da haben wir 60 platten das kann raus das kann raus stöcke rein krass rein krass rein stecke rein gut dann wird der dün dann wird der dünnchen eingekocht so hat das weg das weg hohen rein und ich glaube salz brauchten war naja genau so da brauchen wir doch dreimal mais ansonsten noch pech gehabt dann wird halt schlecht sieben tage noch was könnte noch passen wo bist du und was gibt es interessantes zwiebelsamen eine eichel ah ja genau das war noch eins der sachen da hatte ich gar nicht mehr dran gedacht wo sind so die zwiebelsamen da hatte ich nicht mehr daran gedacht es gibt mittlerweile neue bäume und zwar wohl zwei verschiedene sorten eine davon ist die eiche das das ok gut das kann da rein das kann da rein der schleifstein kann da rein lehm packen wir hier rein sand auch das kann hier rein das kann da rein das kann da rein das war schon mal ein wurm der schlecht war die säcke können hier rein ok dann nehme ich einen kaffee mit und packe das dafür da rein weil jetzt machen wir mal irgendwas ein bisschen inventar auszuwählen wir essen das ja und trinken dann den kaffee hinterher damit haben wir das in etwa wieder ausgeglichen und am platz gut das nach oben hier so der pilz packen wir erst mal hier rein der wird schlecht der wird schlecht der wird nicht schlecht ok das können wir erst mal da reinpacken damit wir noch pilz haben dann würde ich sagen so da haben wir ein paar bohnen und wir brauchen das und die eiche jawohl ich wollte schon immer eine richtige eiche bei mir vor dem haus haben jetzt habe ich sie das kann hier rein wir haben wieder sieben mal kompost und dreimal davon dann suchen wir uns mal drei stellen aus einer kommt ihr hin eine kommt dahin eine kommt dahin also das sind vier nein ein da doch so 3 ist richtig ich habe mich mal nicht verzählt ich kann doch bis 13 so und einmal zweimal dreimal gut jetzt gucken wir uns das mal an ob sich da jetzt über nacht was verändert hat ja es hat sich was verändert es bereitet sich tatsächlich aus ist das ärgerlich und jetzt w w unter w w w w w w w Vielen Dank. Ach nee, jetzt ist das Ding kaputt. Ach ja. Ach ja. So. 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 Okay, und wir platten. Okay, und weiter nach unten. 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 So. Oh. 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 so dann haben wir diese ecke auch schon mal zu ruhig befürchtungen habe es hier oben das kann also sein dass wir hier oben rum auch noch mal komplett zu machen müssen was er Vielen Dank. So und jetzt geht das hier weiter. Habe ich keine Platten mehr? Oh no, alle aufgebraucht. Ja, wir brauchen noch mal einiges. Ich glaube nicht das 12 Reichen. Ich hoffe, dass das hier über diesen Weg nicht drüber geht. Und ich hoffe, dass es hier auch nicht weiter geht. Denn hier ist es ja drüber gegangen. Gut, dann bauen wir erstmal ein paar neue. Oh ja. So, das kann hier erstmal rein. Den Hammer brauchten wir. Das raus. Das rein. Das rein. Und den Hammer. Gut. Noch ein. Jetzt ist es schon wieder zu spät. Ach, Menno. Das ist jetzt ärgerlich. Das habe ich jetzt eben verpennt irgendwie. Das passt wieder nicht. Okay, dann kommt der Satz hier rein. Dann können wir das erstmal bei Gelegenheit leer machen. Das da rein, das da rein, das da rein. Krass da rein. Thymian machen wir hier unten erstmal rein. Ja, ich weiß, du bist müde. Der kann da rein. Gut, dann gehen wir erstmal schnell schlafen, bevor wir von Müdigkeit sterben. Und sind auch wieder am Ende einer Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Traum da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.